Heute Morgen, 6 Uhr früh, müssen wir aufbrechen zum Flughafen. Das komplette Team der Villananda verabschiedet uns herzlich. Vitula hat uns noch ein Frühstückspackage zusammengestellt. Und dann geht es schon los mit dem Auto. Ab zum Flughafen Colombo, die Heimreise antreten. Good-bye, good-bye, good-bye. Good-bye, bad-bye. Stoetis, Stoetis Sri Lanka 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 Stoetis, Stoetis Sri Lanka